Wie gemein! Was für Eltern nageln? Näh, näh! Sag mich direkt ab ins Bett! Es ist gemein! Nur Killer-Boy-Rats Wissen Schule nervt, wir sind cool! Wenn du aufhörst, wenn man muss Und dich packt der Bus Dann sing näh, 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 näh Näh, 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 näh Näh, 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 näh Näh, 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 näh Igitt! Henry! Ich mag keinen Sellerie und Karotten Die sind... Sehr gesund Henry, das nimmst du mit Sonst ist der Schulausflug gestrichen und das Eis somit ebenfalls Erpressung von meinem eigenen Vater Wir besichtigen heute nämlich die Frost-Eisfabrik Da hab ich's besser als Peter Er geht mit seiner Klasse nur ins langweilige städtische Museum Du machst mir alles nach! Du hast das gleiche T-Shirt wie ich an! Zieh es aus! Mama hat gesagt, ich darf anziehen, was ich will Und ich will das hier anziehen Ach ja? Sei nicht so gemein, Henry Oder du verbringst den Rest des Tages auf deinem Zimmer Aber ich will nicht, dass er das gleiche anhat wie ich Henry, stell dich bitte nicht so an Das merkt doch gar keiner Gut, es muss ja nicht gleich jeder wissen, dass wir verwandt sind Nö, 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 nö Henry, beeil dich! Setzt euch hin! Also, es gab leider eine Planänderung Die Eiscreme-Fabrik ist heute geschlossen Und deshalb sehen wir uns stattdessen das Museum an Das Museum? Nein! Los mal aufs Klo! Ihr werdet es wohl noch aushalten können Und setzt euch bitte alle auf euren Hosenboden Gehen wir doch woanders hin! Die Museen sind doch voll langweilig! Ich auch! Guten Morgen, Kinder! Ich heiße euch ganz herzlich willkommen! Und ich bin Frau Knirsch K-N-I-R-S-C-H Ich habe heute das Vergnügen, eure Museumsführerin zu sein Und euch alles zu zeigen Ich will die Dinosaurier sehen Ich auch! Ich fürchte, das ist leider nicht möglich Unsere neue Dinosaurier-Ausstellung Ist derzeit für die Öffentlichkeit geschlossen Und wo haben sie die eingeweckten Könige? Du bist mir ja ein aufgewecktes Kerlchen Eingeweckte Könige ist lustig Du meinst die Mumie aus dem alten Ägypten, nicht wahr? Uh, eine Mumie Unglücklicherweise musste die Halle mit der Sammlung aus dem alten Ägypten für die Dinosaurier-Ausstellung geräumt werden Und ist deshalb ebenfalls für die Öffentlichkeit geschlossen Dann kommen wir eben wieder, wenn sie geöffnet ist Du bist hier, um etwas zu lernen, junger Mann. Und für diejenigen, die unartig sind und sich nicht benehmen können, haben wir einen ganz besonderen Raum. Und in den würde ich an deiner Stelle nicht wollen. Folgt mir, Kinder, und nicht rennen! Alle mal herhören, hier befinden wir uns in unserer Dauerausstellung. Und sie führt uns durch die gesamte Geschichte des Ortes, an dem wir leben. Die Pflanzenwelt, die ihr hier seht, überwucherte einmal unseren Gesamtlichen. Da hätte ich ja auch in unserem Garten bleiben können. Betrachten wir mal diese Erde. Echter Nährboden von Mutter Natur. Seit der Entstehung der Menschheit ist sie unverändert. Seht sie euch an, fühlt sie, riecht sie. Unsere alte Erde lebt und steckt voller Rätsel unserer Geschichte. Sie lebt, sie lebt! Sehr witzig, junger Mann. Aber genau das trifft zu. Die Erde lebt und wie sie lebt. Und das ist das Reich der Würmer. Ich will das gar nicht sehen! Ich hasse Würmer. Wir könnten sie essen, das habe ich im Fernsehen gesehen. Wie schmecken Würmer eigentlich? Keine Ahnung. Nicht! Passt auf! Tretet ja nicht auf die Würmer! Helft alle mit! Ich will, dass ihr alle Würmer sofort wieder einsammelt. Ich fass die nicht an, da krieg ich bestimmt Ausschlag. Doch, jetzt stellt euch nicht so an. Das sind doch bloß Würmer. Frau Streitachs, darf ich aufs Klo? Ja, ja, von mir aus, aber trödle nicht rum. Irgendjemand ist dafür verantwortlich. Ich bin schwer enttäuscht von euch. Wirklich schwer enttäuscht. Frau Lüblich, diese frühen Siedlungen waren wirklich sehr interessant. Wartet auf mich! Komm, die andere holen wir nach der Mittagspause. Netter Hut, aber du trägst ja einen Rock. Katsch mich bloß nicht an! Ah! Der hat geredet! Ah! Der Typ, der hat geredet! Ach ja? Interessant. Dann geh lieber wieder zu deiner Klasse, Freundchen. Nein! Das ist die Klasse von meinem Bruder. Meine Klasse ist da drüben. Kamera und Lautsprecher funktionieren. Kannst wieder abschalten. Und gut gemacht, Jörg. Schätze, vor Angst wird der Kleine so schnell nichts mehr anfassen. Ah! Das krieg ich noch. Jörg, warst du das? Bist du sicher? Ja? Hm? 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 Schön weitergehen. Geradeaus zum normannischen Dorf. Hm? Hm? Sonderausstellungen. Sonderausstellungen. Aha! Dinosaurier! Hallo! Jemand zu Hause? Oh je! Oh je! Hä? Oh! Au! Oh! Äh! Oh! Oh! Wahnsinn! Hey! Willst du deine Kralle wieder haben? Hier! Oh nein! Hey! Du! Hier geblieben! Alarm! Unruhestifter flüchtet! Er trägt ein blau-gelb gestreiftes T-Shirt! Hey! Bleib sofort stehen! Achi! Irgendwo hier muss er sein! Da drüben ist er! Oh nein! Jetzt darf ich dich! Was? Ungezogene Kinder dulden wir hier nicht! Oh! Aber das ist bestimmt ein Irrtum! Peter hat sich hier ganz vorbildlich benommen! Kein Zweifel! Das ist der Junge, den wir suchen! Ich erkenne ihn an seinem T-Shirt! Aber ich hab wirklich nichts gemacht! Frau Lieblich! Keine Sorge, Peter! Ich finde schon raus, was da los ist! Ha! Das hat er davon, wenn er sich so anzieht wie ich! Nun kommen wir zum Höhepunkt unserer Führung! Eine Nachbildung dieses Gebäudes von 1950, als es noch das Rathaus war! Frau Streit-Axt, ich hab mich echt getäuscht! Das Museum ist überhaupt nicht langweilig! Oh! Henry! Bravo! Und nächstes Mal besuchen wir die Eiscreme-Fabrik! Ja! Henry! Du schrecklicher Junge!